Herr Theissen, alleine das Moratorium kostet die vier großen Energiebetreiber 500 Millionen Euro. Wann fangen Sie an, mit der schwarz-gelben Regierung zu verhandeln oder erwägen Sie jetzt schon die Klage? Also liebe Frau Illner, manches der Diskussion irritiert mich etwas. Kann, dazu sind wir gut. Ja, das ist ja auch in Ordnung, das darf es ja auch. Aber im Lichte immer noch, wir begannen in der Katastrophe in Japan. Und Frau Künast sagt, sie empfindet Freude über eine veränderte Diskussion. Damit habe ich schon Probleme. Und ich habe verstanden, dass das Moratorium dazu dient, Sicherheitsanalysen zu machen. Das ist möglicherweise in drei Monaten auch auf Basis eines europäischen Stresstests denkbar machbar. Eine komplette energiepolitische Diskussion zu führen, die möglicherweise auch stattfindet, ist ein ganz anderes Thema. Okay, ich versuche die Frage nochmal zu stellen. Sie schalten jetzt für die Zeit des Moratoriums Kraftwerke ab. Das kostet Geld. Ja, aber Frau Illner, ich habe wirklich andere Sorgen, als im Augenblick Rechtsgutachten zu lesen oder wirtschaftliche Analysen zu machen. Wir haben in diesem Augenblick uns um die Sicherheit unserer Anlagen gekümmert. Wir haben Hilfe für Japan organisiert. Und ich habe auf Anrufe von diversen Politikern gesagt, dass ich auch gerade gar keine Zeit habe, Rechtsgutachten zu lesen. Sondern ich habe Themen zu lösen der Hilfe und der Analyse der Sicherheit. Alles andere kann ich auch zu einer anderen Zeit machen. Was kommt am Ende dieser drei Monate dann heraus? Werden Sie belegen können und nachweisen können, dass eigentlich deutsche Atomkraftwerke so sicher sind, wie Sie immer schon vermutet oder gewusst haben? Oder werden wir einen veränderten und eine neue Grundfrage haben? Und werden wir gegebenenfalls auch eine neue Ausstiegsstruktur haben? Also Frau Illner, ich habe nicht die Selbstgewissheit zu wissen, was nach drei Monaten rauskommt. Wenn ich das wüsste, bräuchte ich keine drei Monate. Es gibt Leute, die laufen im Augenblick rum und wissen das Ergebnis. Die brauchen auch keine drei Tage. Das können sie gleich machen. Ich glaube, es gibt wirklich sehr ernsthafte Fragen zu stellen. Ich habe überhaupt keinen Widerspruch, dass man über Notstrom neu nachdenken muss, dass man über Risiko nachdenken muss. Das ist, wer will das nicht nach Japan? Aber wer kann denn einfach am Beginn des Prozesses die Antwort kennen? Ich bin nicht selbstgerecht. Ich glaube, wir müssen einen offenen Prozess haben. Die Bürger haben jetzt einen Anspruch, dass sowohl die Kriterien der Prüfung als auch das Ergebnis der Prüfung völlig transparent jedem Bürger zugänglich gemacht wird. Und dass auf der Basis Bewertungen vollzogen werden. Alles andere kann auch kein Vertrauen schaffen. Mal ganz anders herum gedacht. Schaffen Sie diese Überprüfung gar nicht. Mal ganz anders herum gedacht. Wir sollen ja das Undenkbare denken. Was glauben Sie, wie viel Unterstützung und gegebenenfalls Sympathie wäre Ihnen seitens der Bürger dieses Landes zugeflogen, wenn Sie von sich aus diese 20 und 25 und 28 Jahre alten Meiler vom Netz genommen hätten und die Laufzeit dieser Kernkraftwerke auf die neueren übertragen hätten? Also gibt es jetzt, also jetzt mal der ganze theoretische Fall, man kann da ganz viel denken. Würden sich die Bürger jetzt besser fühlen, dass wir alle Laufzeitmengen auf ein Kraftwerk übertragen? Das läuft dann 150 Jahre. Ich glaube, das sind ziemlich sinnlose Fragen. Und ehrlich gesagt, Japan stellt auch Fragen an die neuen Kraftwerke. Ich sitze jetzt nicht und sage, na jetzt kümmern wir uns um die sieben Alten und die Neuen. Das ist schon alles in Ordnung. Wir werden zu jeder Anlage aus Eigenantrieb jede Frage stellen. Wir werden uns internationaler Kritik stellen. Nicht nur deutscher, sondern auch europäischer Kritik. Und ich weiß nicht, was rauskommt. Wenn aus diesem Test rauskommt, dass eine Anlage vor dem Licht neuer Erkenntnisse nicht sicher ist, würde ich niemals wieder den Antrag stellen, dass eine solche Anlage ans Netz geht. Aber wie machen Sie denn in drei Monaten einen Test, wenn ein normaler Test ein bis anderthalb Jahre dauert? Ich glaube, dass Sie da was vorgaukeln. Die Kriterien sind nicht klar, nach welchen getestet wird. Und Sie machen uns vor, innerhalb von drei Monaten würde ein Test passieren, der weit über ein Jahr braucht. Wenn Sie normalerweise durchchecken, da kommt das Misstrauen her. Das haben viele andere auch. Aus dem Geologen Institute. Herr Krämer, ist es möglich, einen so fundamentalen Sicherheitscheck durchzuführen in dieser Zeit? Und glauben Sie, dass wir am Ende wirklich Veränderungen erleben werden? Also man kann sich mit Sicherheitstests kurz beschäftigen und schnell zu Ergebnissen kommen. In bestimmten Situationen kann das sehr schnell gehen. Fehler kann man sehr schnell aufdecken. Und man kann sich damit auch unendlich viel Zeit lassen und damit bestimmte politische Phasen aussitzen. Beides ist möglich als Strategie. Was wichtig ist, ist hier, Sie erwähnen das Wort Kriterien. Wir müssen die richtigen Fragen stellen. Die Sorge ist doch, dass wir hier nur über Anlagentechnik und Betriebstechnik nachdenken und nicht gucken, was hat sich in Japan verändert. Was wir gelernt haben, ist, dass es Verkettungen gibt von Dingen, die wir vorher nicht gesehen haben. Das verändert bei der Risikobetrachtung die Eintrittswahrscheinlichkeit. Wir haben gelernt, dass, wenn es erstmal in Gang kommt, es kaum noch Mittel gibt, die Prozesse aufzuhalten. Die Reaktoren stehen zu dicht beieinander. Die vergiften sich gegenseitig, in Anführungsstrichen. Weil in dem einen, was passiert, kann man bei dem anderen nicht mehr richtig eingreifen und steuern. Es ist eine Lehre, die wir jetzt ziehen müssen. Und es ist uns in Erinnerung gerufen worden, wie hoch der Schaden ist. Es ist nämlich, Herr Röttgen, wenn wir vom klitzekleinen Restrisiko sprachen, dann meinten Sie nur die Eintrittswahrscheinlichkeit. Denn die Folgen waren ja immer schon enorm. Und wenn man das miteinander multipliziert, dann war das Risiko schon immer sehr hoch. Immer so hoch, dass es nie gelungen ist, eine Versicherungslösung für die Atombranche hinzubekommen. Und hat heißen, wenn die Anlagenbetreiber auf dem freien Markt eine Versicherung für das Risiko, das sie der Gesellschaft aufbürgen, einkaufen müssten, dann würde es heute keine Kernkraftwerke geben, die laufen. Sie rechnet sich nicht. Sie rechnet sich ökonomisch nicht, wenn man den wirtschaftlichen Wert der Landschaftszerstörung mit einrechnet, die passiert, wenn mal was schief geht. So selten es passiert, Gott sei Dank. Aber wenn es passiert, sind die Schäden so hoch, dass sie nicht versicherbar sind. Das stimmt. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt.